Hallöchen, eigentlich wollte ich euch das auf dem realen am C64 zeigen. Leider ist mein Komposit erst ein Video zu HDMI Konverter defekt und nun seht ihr das hier war ein Emulator und das ist ja nicht das was ich machen wollte. Ich wollte euch das eigentlich gerne über reale Hardware zeigen. Das wird jetzt wieder länger dauern als ich gedacht habe. Was soll ich machen? Gut, da müsst ihr euch noch gedulden, aber das hätte ich euch gerne gezeigt. Das Spiel hätte ich mal gerne mit euch zusammen gespielt. Vielen Dank, da müssen wir halt warten bis es wieder funktioniert.